Musik Ich betreue zwei Damen ehrenamtlich. Zwei Damen, die sind über 80 Jahre alt. Die eine ist tüdelig im Kopf, die andere ist sehr fit und ich nehme sehr, sehr viel mit. Ich nehme Erfahrungen mit, wir unterhalten uns, wir essen Kuchen, wir trinken Kaffee und vor allen Dingen, wenn ich nach Hause gehe, denke ich, war ich für sie da oder ist sie für mich da? Musik